Hallo zusammen, heute habe ich für euch das HP Pavillon 15, Modell P206 NG. Wenn man sieht, hier gibt es ein 15 Zoll Display, das sind 39,6 cm und das Ganze hat eine matte Oberfläche und eine Full HD Auflösung. Im Inneren findet ihr eine Core i5 CPU, Modell 5200U, die bei 2,2 GHz getaktet wird. Außerdem gibt es noch eine GeForce Grafikkarte vom Modell 840M mit 4 GB Videospeicher, 8 GB Arbeitsspeicher und eine Hybrid-Festplatte mit 1000 GB plus 8 GB Flash. Auf dem Pavillon 15 kommt Windows 8.1 in der 64-Bit-Version zum Einsatz. Es ist außerdem noch ein Office vorinstalliert, jedoch nur zum Ausprobieren für einen begrenzten Zeitraum. Im Hintergrund seht ihr schon, es ist auch noch HP Connect drauf. Das könnt ihr dann ein Jahr lang kostenlos nutzen. Und es gibt noch ein zweites HP-Programm, das nennt sich Connect Photo. Beim Pavillon 15 bekommt ihr eine große Tastatur mit separatem numerischem Ziffernblock und ein großes Touchpad, welches Multigesten unterstützt. Hier oben gibt es ein Soundsystem mit Beats Audio. Schauen wir uns das Gerät einmal von den Seiten an. Hier oben gibt es eine Struktur. Wir nehmen das Ganze mal um, damit wir das HP-Logo besser sehen. Hier ist eine leichte Struktur. Und die Anschlüsse auf den Seiten. Wir haben hier die linke Seite. Da haben wir einen Anschluss für das Netzteil. Für RJ45, für das kabelgebundene Netzwerk. Einmal HDMI, zweimal USB und einen Kartenlaser. Die beiden USB-Buchsen sind USB 3.0. Auf der rechten Seite haben wir einmal hier Status-LEDs, einmal Headset-Anschluss, USB und einen DVD-Brenner. Und ganz rechts außen noch den Kensington-Lock. Vorne am Gerät, so wie hinten, gibt es nichts. Jetzt haben wir uns mal die Unterseite an. Hier sehen wir schon viele, viele Schrauben. Ich habe mal versucht, die Unterseite zu entfernen. Ich habe es nicht geschafft, weil hier sind noch versteckte Schrauben drin. Hier muss man noch was lösen. Und HP hat mir gesagt, es ist nicht vorgesehen, dass man das selber erweitert. Oben gibt es den Akku, der ist wechselbar. Hier noch die technischen Daten in der Zusammenfassung. Beim HP Pavillon 15 findet ihr ein 15,6 Zoll Display mit Full-HD-Auflösung und einer matten Oberfläche. Im Inneren gibt es eine Intel Core i5, eine Nvidia-Grafikkarte 840M mit 4 GB Videospeicher, Video-Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher und es gibt eine Hybrid-Festplatte mit einem Terabyte plus 8 GB Flash. Auf dem System läuft Windows 8.1. Das war mein Handsome-Video zum HP Pavillon 15, Modell P206NG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.